Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Resident Evil 2. Ich bin der Koopa und ich heiße euch herzlich willkommen. So, und wir müssen jetzt ja diese tollen drei Schlüsselmonamente sammeln, dass wir hier rauskommen. Das sieht gut aus. Da bin ich sogar, ne? Ja, hier, Karte. Na, wir gehen jetzt da lang. Was ist das hier? Sicherungskasten. Gotterstatue. Achso, hier. Ja, genau. Die drei Siegel. Der sieht ganz schön zerfetzt aus. Bitte spring dich nicht an. Bitte spring dich nicht an. Der ist tot und tut mir sehr dank. Wer ist da? Okay. Läuft bei dir, Bruder. Okay, brauchen wir Schlüssel. Alter, was ist das? Das ist ein Kritzbuch. Was kann man hier machen? Oh, das ist so cool. Alter, der hat doch voll die Kugel ins Kogeln gebracht. Oder sie. Jetzt. Okay. Karte, Polizei, Revier, erstes F. Ach so, das ist, ah, die Seite, okay. Grün ist gerade, oh, das habe ich wohl übersehen. Schließfachraum, Dokumentenraum, Büro für Westheim. Ach so, das ist, ah. Ach so. Da haben wir noch ein paar Mumbumpeen gefunden, das ist sehr schön, jetzt schauen wir mal an. Ah, dieses fette Schweine, wollte sich hier noch Snickers gönnen. So, dann schauen wir mal. West Office. Schießpulver? Ja, nehmen wir mit. Jetzt tun wir also zwei Schießpulver, Säuerungskanade, MP-Munition, zwei hochwertige Schießpulver, ok. Dann haben Sie die Munition zusammen, setzen Sie. Ja, klar, ok, jetzt können wir die Schießpulver herstellen. Hm. 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 Gibt es hier vielleicht noch etwas? Bestimmt gibt es hier noch etwas. Oh, nein. Oh nein! Oh nein! Oh. Einsatzbericht und drei andere Bericht. Keine Waffen, keine Munition, zuviel Scham. Ich bin ja vorhanden. Ein Einsatz der anderen Seite. Ich bin sehr froh, dass du mich hier wirst, okay. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. N, E, D. N, E, D. Super. So, was haben wir hier? Da unten. Was haben wir hier? G, R, M. G, R, M. Das muss ich gerade mal. G, R, M, A. Fertrum eingegeben. Schnittnader. Oh, nice. Hier waren wir ganz am Anfang. Cut, okay. Hier kamen wir wieder zurück. Ich habe gerade eingewert. Wenn wir hier zurückgehen. Oh, herr. Von der. Wie. Wie? 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 Okay. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nein. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Was ist denn da? Scheiße, scheiße, scheiße. Das war's. Na, tja. Okay, ich glaub das war's. Wie ist denn Schadenmaschine? Ja. Nix. Was ist denn da? Ich bin da. Wie ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Oh je. Wie ist denn da? 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 Okay. Okay. Schriften hier nötig. Okay, wir finden uns diese tollen Buchstaben, um diese Schließfächer zu öffnen. So, wir wissen, dass wir hier selbst sind. So, das ist ganz gut. Und jetzt haben wir nichts. Das ist eine Schleimmaschine. Ganz viele Kameras, okay. Hier kann man, wenn wir Fotos finden, okay. So, wir machen jetzt hier mal kurz. Der ist mit Zwischengespeichert, so. Dann gehen wir jetzt da hoch. Nichts. Ein Kater. Trezor, ja. Okay. 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 Ich hab immer die falsche Taste gedrückt, Leute. Darum wird's liegen. Alter. Tragbarer Taser. Drücken Sie einen Knopf um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schauen Sie Anna ein und... ...und den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in den Tischen rein... ...wenn die falschen Pfandknochen geht an und raus. Sie müssen in den Tresor rein. Brandkanaden. Warte. Ey, da hab ich mich gerade geschocken. Ey, da hab ich mich gerade geschocken. ... Omen nach vorne? ... ... ... ... ... ... ... Das ist gut. Hier ist alles zu. Was ist alles zu? Oh nein. So, jetzt ist gerade die Frage. Untersuchung. Tragbarer Tresor. Okay, wir wissen, der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig, der ist falsch, der ist richtig, der ist richtig, der ist falsch, der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig. Wir machen das gleich im sicheren, aber wir machen das jetzt einmal hier. Jetzt weiß ich auch, was das heißt, treibere Tresor. So, wir kommen jetzt hier erstmal durch den hier raus. Oh oh. Du kennst ihn? Ja, das ist Liam. Äh, kenn ich dich oder so? Ach, der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Oh je. So, wir werden aber jetzt kurz untersuchen. Der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig. Der ist falsch, der, 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 ist falsch, der, der, der. Okay, okay. Kommen wir zur Sache näher, der, der ist falsch, der, 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 ist auch falsch, der, 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 der. Warte, ich bin schon hier. Okay, ah ne. Deckpad. Ein Knopf, ein Terminal, steckt nichts drauf. Ich denke, wir wissen an, was für ein Terminal gemeint ist. Das ist die 3, nein. Nein, das ist die 2. 2, 0, 9. Enter. 1, 0, 2. 1, 0, 2. So, währenddessen ich hier die Schränke ausreibe. Und mal ganz kurz gucke, kann ich anöffnen. Super geil, super nice. Werde ich mich aber hier schon verabschieden von euch. Ich werde hier die Schränke noch ausräumen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal und versuchen, Leon zu helfen, dass er nicht im Arsch sitzt. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß und Angst wie ich. Ich habe mich echt eingeschissen. Und sage bis dahin, reingehauen, weiterschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.